Hi Leute, ihr könnt mich jetzt wahrscheinlich nicht sehen, weil es ja eh schon so dunkel ist. Aber ich wollte euch mal sagen, ich habe ja gestern mit meiner Betreuerin im Jugendhaus da eine Mail hingeschrieben an die Frau Wernert. Und da findet ihr den Link unten in der Videobeschreibung zu ihrer Homepage. Und ja, dann zeige ich euch dann gleich noch die Bilder. Wo ich davon ein Screenshot gemacht habe und was wir genau geschrieben haben, weil es geht um die Rampe beim Jugendhaus, weil ich da ja schlecht hochkomme alleine. Da muss ich ja immer hochgeschoben werden. Also runter geht gut, aber hoch ist halt ein Problem. Und alles weitere seht ihr dann unten in der Videobeschreibung. Bis bald und ciao! Ja! Ja!